Hallo zusammen, Alternativen zu Ethereum gibt es ja inzwischen so einige. Zum Beispiel die Binance Smart Chain und dann ist ja später Polygon dazugekommen und inzwischen stehen ja Phantom und Avalanche sehr hoch im Kurs bei den Fans. Und jetzt seit einer Woche ist eine neue Ethereum-Alternative auf dem Markt live gegangen und zwar Moonriver. Und die Frage ist natürlich, brauchen wir eigentlich noch eine weitere Alternative zu Ethereum? Was ist das Besondere an Moonriver? Ist überhaupt irgendetwas Besonderes an Moonriver? Und die Antwort darauf ist ganz klar, ja, Moonriver ist etwas ganz, ganz Besonderes. Woran liegt das? Das liegt daran, dass Moonriver tatsächlich also Ethereum-kompatibel ist. Bedeutet, wir können bei Moonriver auch mit Metamask arbeiten. Wir haben die Gasgebühren, die allerdings sehr niedrig sind und die Transaktionsgeschwindigkeit ist auch sehr flott, wie bei den anderen Alternativen auch. Außerdem haben wir Smart Contracts und die Smart Contracts, die auf Ethereum, Polygon und so weiter laufen, die können auch eins zu eins kopiert werden auf Moonriver. Das heißt, wir werden also in Zukunft wahrscheinlich einige Clones zum Beispiel von Aave oder von Curve oder von anderen Plattformen finden. Auf Moonriver ist nicht ganz klar, welche davon es sein werden, aber es wird wohl einiges auch übertragen werden. Auf Moonriver können also im Prinzip mit dem bestehenden Know-how da einfach arbeiten. Wir haben da keine große Lernkurve zu bewältigen, aber das Besondere an Moonriver ist jetzt, es läuft tatsächlich auf Polkadot. Und das stimmt eigentlich auch nicht so ganz, denn es läuft in Wirklichkeit auf Kusama. Und Kusama ist das sogenannte Schwesternetzwerk oder man sagt auch manchmal die kleine Schwester von Polkadot. Denn Kusama ist im Grunde eine Art Plattform, auf der Konzepte, die später bei Polkadot laufen sollen, ausprobiert werden. Es ist aber kein Testnetz, denn Kusama und die Assets, die auf Kusama laufen, auch die ganzen Blockchains, die an Kusama angedockt werden, wie zum Beispiel Moonriver, die haben einen tatsächlichen realen Wert. Und das sieht man auch daran, dass zum Beispiel Kusama, ich zeige das hier mal ganz kurz, einen eigenen Kurs hat. Und der Kusama-Token, der liegt zurzeit bei 406 Dollar. Es ist jetzt hier der 13. September 2021. Natürlich ändert sich dieser Kurs und man sieht hier auch, wenn man sich mal die Entwicklung des Kurses anschaut, über ein Jahr, dass es durchaus ziemlich weit hochgegangen ist in den letzten Wochen und dann irgendwann auch in den letzten Wochen wieder gesunken ist und jetzt steigt es, jetzt klettert es. Es ist eigentlich so, das entspricht so dem Gesamtbild, wie der Markt jetzt gerade ist. Kusama ist also ein ganz reales Asset. Auch das Kusama-Netzwerk handelt mit ganz realen Assets und einer davon ist Moonriver. Und den Moonriver-Kurs, den schauen wir uns auch mal gerade an. Hier, das ist das Logo von Moonriver. Das ist dieser kleine Mond, dieser gelbe Mond mit diesem, ich denke mal, das soll ein Fluss sein darunter. Der Token heißt MOVR. Ich würde den jetzt einfach mal Mover nennen, denn man hätte ja, wenn man jetzt Moonriver als Namen haben wollte, des Tokens auch ganz anders hier abkürzen können. Man hätte ja zum Beispiel das MORVR machen können. Also ich denke, man möchte gerne haben, dass man das Ding Mover nennt, was ja irgendwie auch ganz lustig ist. So und auch der Moonriver-Kurs liegt jetzt, also Moonriver-Token hat einen Kurs, der liegt bei 411 Dollar zurzeit. Ist jetzt 12,6 Prozent gesunken. Das ganze Ding dampft ein bisschen. Seit also Moonriver live ist, schauen wir doch einfach mal, das ist jetzt seit etwas mehr oder etwas weniger als einer Woche. Also hier ist der Start oder wir schauen nochmal kurz bei 14 Tagen, wie es da aussieht. Genau, also so Anfang, Ende August ist das losgegangen mit dem Token und der Kurs ist also sehr, sehr gestiegen, jetzt bevor das Netzwerk auch wirklich live ging. Und jetzt gibt es natürlich auch wieder einen Dump, weil einige Leute in einem Pre-Sale Moonriver-Tokens bekommen haben und die werden jetzt natürlich bei diesem Allzeithoch hier irgendwie auf den Markt geworfen. Moonriver-Token dumpt also zurzeit ein bisschen, aber nichtsdestotrotz, auch Moonriver hat einen eigenen Kurs. Der Token hat einen eigenen Wert. Das ist also kein Testnetzwerk, es ist einfach nur eine Probeplattform beziehungsweise eine Experimentierplattform und das Schwesternetzwerk von Moonriver, das heißt Moonbeam und das wird dann auf Polkadot irgendwann starten. Das ist aber jetzt noch nicht so weit. Jetzt sind wir erstmal Kusama, Kusama ist live, Moonriver ist live und jetzt kann man also im Grunde ein bisschen im Polkadot-Ökosystem experimentieren, ohne dass man eine allzu hohe Lernkurve hat und sich zunächst mal nicht mit einem neuen Wallet beschäftigen kann, muss. Man hat also die Chance, hier ein paar Erfahrungen zu sammeln und muss nicht allzu viel neu dazulernen, wenn man bereits auf Ethereum-ähnlichen Netzwerken unterwegs ist. Und in diesem Tutorial jetzt möchte ich gerne mit euch mal schauen, was man schon auf Moonriver machen kann und vor allem auch, wie man da hinkommt und deshalb jetzt mal eben ein kleines Schaubild, eine kleine Zusammenfassung, was möchte ich jetzt in diesem Video hier mit euch behandeln. In diesem Tutorial möchte ich ganz gerne mit euch sprechen darüber, natürlich als erstes, wie wir Metamask einrichten, um bei Moonriver mit Metamask arbeiten zu können. Das ist natürlich die Grundlage für alles. Der zweite Punkt ist, woher bekommen wir eigentlich die Mover-Tokens, die Moonriver-Tokens? Die haben wir natürlich nicht von vornherein in unserem Wallet, die müssen wir uns irgendwoher besorgen. Der dritte Teil ist dann, wie bekommen wir eigentlich unsere bestehenden Assets von anderen Netzwerken rüber zu Moonriver? Das heißt, wir werden uns mit einer Bridge beschäftigen, die es inzwischen schon gibt, die schon live ist und funktioniert. Dann möchte ich ein bisschen über Yieldfarming auf Moonriver sprechen, wobei Yieldfarming auf Moonriver jetzt noch gar nicht so viel da ist, weil das Netzwerk noch recht frisch ist, die ganzen Projekte erst noch darauf laufen müssen, daher eingerichtet werden müssen. Es gibt eine Handvoll Projekte, einige davon sind tatsächlich schon Scam und es ist auch ganz klar, natürlich ist so ein Scam schneller auf die Plattform übertragen, als jetzt ein reales Projekt. Ein reales Projekt braucht immer ein bisschen mehr Zeit als irgendwelche Rugpulls oder irgendwelche Scams. Das heißt, das Ganze ist zurzeit noch super riskant. Die Projekte, die da laufen, die sind noch nicht richtig etabliert. Man hat noch gar keine Erfahrungswerte. Man kann relativ schwer unterscheiden, was ist eigentlich seriös, was ist unseriös. Und deshalb wäre auch hier an der Stelle ganz klar meine Empfehlung, durchaus jetzt nicht sofort mit großen Summen hier zu arbeiten, sondern einfach nur mal ein bisschen auszuprobieren, damit, wenn es dann richtig losgeht und hier also auch etablierte Projekte an den Start gehen, damit man dann schon parat ist und weiß, worum es geht. Eine Möglichkeit, mit den Moonriver Tokens, mit den Mover Tokens zu arbeiten, ist jetzt schon, dass man die staked. Das ist durchaus eine seriöse, meiner Meinung nach seriöse Art und Weise, das zu machen, denn diese Staking-Gelegenheit, die kommt von Moonriver selber, von dem Projekt, von den Betreibern. Und es ist höchst unwahrscheinlich, dass Moonriver jetzt nach dem ganzen Aufwand, nachdem das also jetzt mehr als ein Jahr in Entwicklung war und es auch noch ein Folgeprojekt gibt wie Moonbeam, das dann also irgendwie demnächst auf Polkadot startet, dass die also jetzt irgendwie unseriös sind und dass das ein riesen Scam ist, das halte ich für unwahrscheinlich. Das heißt also, man kann seine Mover Tokens durchaus den Gründern dieses Projekts anvertrauen beziehungsweise in eine Staking-Gelegenheit stecken, die zu diesem Projekt gehört. Natürlich möchte ich auch noch eingehen auf eine tatsächlich vorhandene Yield-Farming-Plattform, die schon auf Moonriver läuft, wobei hier ganz klar gesagt werden muss, ich habe keine Ahnung, ob diese Plattform wirklich seriös ist, denn die läuft ja eben erst seit vier Tagen. Da sind auch schon einige Millionen Dollar an Assets drin. Die ersten Tage sind also schon mal kein Rugpull gewesen, aber auch hier ist natürlich Vorsicht geboten, wenn man hier mitmachen will, ist es besser, hier einfach nur mal ein bisschen auszuprobieren und zu experimentieren mit kleinen Summen, als hier große Sachen zu investieren. Aber natürlich schauen wir uns einfach mal eine existierende Yield-Farming-Plattform auf Moonriver an und die heißt Moonswap beziehungsweise Moonfarm und auch da ist bei dem Projekt eigentlich nicht ganz klar, was ist was. Das ist ein und dasselbe Projekt, so wie es aussieht. Es hat aber zwei Namen, es hat auch zwei unterschiedliche Plattformen. Das eine ist mehr ein Dex, das andere ist mehr eine Yield-Farm. Keine Ahnung, muss man sich einfach mal in Ruhe anschauen. Darauf gehen wir zusammen dann also auch ein. Eine sehr unkomplizierte Art und Weise, wie man Metamask jetzt einrichten kann, habe ich gefunden bei AnySwap. Das findet ihr unter anyswap.exchange. Das ist im Prinzip eine Tokenbridge, mit der man Assets zwischen verschiedenen Ethereum-kompatiblen Blockchains hin und her schicken kann. Und hier gibt es oben die Möglichkeit, zwischen den Netzwerken umzuschalten. Ich bin jetzt hier auf dem Ethereum Mainnet und wenn ich hier draufklicke, dann sehe ich hier die ganzen Netzwerke, die unterstützt werden, unter anderem auch FTM und Matic. Und ganz unten ist das Moonriver-Netzwerk, Mover Mainnet. Wenn ich auf dieses Netzwerk umschalte, dann poppt Metamask auf und ich habe hier die Möglichkeit, also die Einstellungen, die hier für das Moonriver-Netzwerk angeboten werden, zu übernehmen. Und dann kann ich noch umschalten auf das neu eingerichtete Moonriver-Netzwerk mit Switch Network. Und schon bin ich im Grunde fertig. Mir persönlich gefällt das Mover Mainnet hier nicht als Beschriftung. Deshalb gehe ich nochmal in Metamask und ändere das. Das kann ich hier über diesen Avatar-Knopf, dieses bunte Bild hier, gehe ich auf Einstellungen, auf Netzwerke, suche das Moonriver-Netzwerk Mover Mainnet aus und trage hier einfach jetzt einen neuen Namen ein, Moonriver. Speichere das Ganze ab und bin dann fertig. Man sieht hier oben, Moonriver ist jetzt hier der Name des Netzwerks, nicht mehr Mover Mainnet. Und hier in der Liste der Netzwerke findet sich dann eben Moonriver. Die meiner Meinung nach einfachste Möglichkeit, an Mover-Token zu kommen ist, man schaut einfach bei CoinGecko und was ähnliches gibt es auch bei CoinMarketCap und bei den anderen ähnlichen Seiten. Man schaut einfach nach, welche Märkte es gibt. Das ist hier ein Reiter. Also das heißt, ich rufe den Moonriver-Token auf bei CoinGecko. Ich suche den, bin hier auf der Infoseite dazu und dann kann ich hier unten auf Märkte klicken und dann sehe ich, wo die, welchen Märkten sozusagen ich Moonriver-Tokens bekomme. Und da sind genannt zum Beispiel Qcoin, Kraken, Gate.io und so weiter, noch ein paar andere. Das heißt also, für mich persönlich ist es jetzt am einfachsten, bei Kraken die zu kaufen, weil ich jetzt schon einen Kraken-Account habe. Wenn ihr keins habt, ihr könnt euch ja eins machen oder ihr habt vielleicht bei Qcoin einen Account. Aber Kraken hat für mich jetzt persönlich den Vorteil, dass ich für Euro, also gegen Euro handeln kann. Bedeutet also, ich kann bei Kraken Moonriver-Tokens kaufen. Wenn ich dann bei Kraken die Tokens gekauft habe, dann sind die ja noch bei Kraken. Ich muss die irgendwie rüberkriegen in Metamask und das ist eigentlich ganz analog zu Ethereum zum Beispiel, denn ich habe hier ja jetzt Metamask schon eingerichtet für Moonriver. Dann nehme ich einfach meine Adresse hier und das ist die Abheberadresse, zu der ich meine Tokens, die ich bei Kraken gekauft habe, dann übertragen kann. Der ganze Vorgang ist überhaupt nichts Besonderes. Der ist eins zu eins analog zum Übertragen von Ether und zum Ethereum Mainnet. Wenn man Assets von einer anderen Plattform zu Moonriver übertragen möchte, dann bietet sich eigentlich hier AnySwap an, anyswap.exchange. Ich hatte ja auch vorher schon gesagt, AnySwap unterstützt einige verschiedene Ethereum-kompatible Netzwerke, Plattformen wie zum Beispiel natürlich Ethereum selber, Binance Smart Chain oder hier Phantom, Polygon beziehungsweise Matic, Avalanche. Je nachdem, wo ich meine Assets habe, kann ich die dann auf eine andere Plattform übertragen. Leider funktioniert nicht jede beliebige Kombination aus Plattformen, sondern es werden immer nur bestimmte Plattform-Kombinationen unterstützt. Das Ganze wächst natürlich nach und nach, aber im Moment ist es so, dass man im Grunde nur von Ethereum zu Moonriver übertragen kann. Aber das hindert einen natürlich nicht daran, wenn man seine Assets jetzt zum Beispiel auf Polygon hat, dann die Assets von Polygon auf Ethereum zu bringen und von Ethereum zu Moonriver. Einziger Unterschied ist im Prinzip, dass man etwas mehr Gasgebühren zahlt. Das heißt, das Ganze lohnt sich natürlich auch erst ab einem gewissen Wert, den man überträgt. Aber immerhin, es gibt eine Möglichkeit, Assets zum Moonriver zu übertragen. Und die wird hier quasi angeboten. Dafür muss man zunächst mal auf das Ethereum Mainnet wieder umschalten. Ist ja klar, weil ich habe meine Assets auf dem Ethereum Mainnet. Also das heißt, ich schalte Metamask um auf Ethereum. Im Moment aktualisiert sich hier auch die Seite. Jetzt bin ich auf Ethereum und dann kann ich über die Bridge, über die Token Bridge Assets übertragen von Ethereum Mainnet zum Moonriver Netzwerk. Und hier kann ich die Assets aussuchen, die ich übertragen kann. Hier sind unter anderem auch die Stablecoins, DAI und USDC dabei. Und ich übertrage jetzt hier als Beispiel einen Ether rüber zum Moonriver. Das mache ich, indem ich also jetzt hier das auswähle, das richtig einstelle und dann einen Ether übertrage. Es ist ganz wichtig, dass ich hier noch Ether übrig habe. Ich kann nicht den vollen Betrag übertragen, weil dann habe ich ja kein Gas mehr auf dem Ethereum Mainnet. Ich brauche ja immer ein bisschen Ether übrig, damit ich quasi noch Gas bezahlen kann. Also nehme ich von den 1,18 Ether, die ich hier habe, einfach einen Ether und übertrage das dann zu Moonriver. Das Ganze läuft dann über diesen Knopf hier Swap. Das ist eine Transaktion, die ich bestätigen muss. Damit das hier in dem Video schnell geht, mache ich hier also jetzt hohe Gasgebühren bzw. einen hohen Gaspreis. Das Ganze wird ungefähr 14 Dollar kosten oder ungefähr 8 Dollar, je nachdem, wie man es sieht oder wie man es rechnet, wie der Kurs ist. Ich habe keine Ahnung, wie das hier berechnet wird. Und wenn ich diese Transaktion abschicke und die dann bestätigt ist, dann sind die Tokens unterwegs zu Moonriver. Inzwischen ist die Transaktion hier bestätigt. Das heißt, der eine Ether, den ich rüberschicke zu Moonriver, der ist jetzt schon unterwegs. Er ist auch aus meinem Wallet weg, aber er ist noch nicht angekommen bei Moonriver. Und nach meiner Erfahrung, hier steht das Ganze, dauert 10 bis 30 Minuten. Nach meiner Erfahrung geht das aber ein bisschen schneller, als es sind 5 Minuten oder so gewesen. Das hängt natürlich sicher vom Traffic ab und so weiter. Und da wird sich ja auch in der Zukunft einiges ändern, auch an den Obergrenzen, an den Untergrenzen. Das Ganze ist ja noch recht neu, fehlt wahrscheinlich auch ein bisschen an Liquidität und so. Das wird sich alles in der nächsten Zeit dann noch aufbauen. Und sobald die Ether bei Moonriver angekommen sind, erkenne ich das hier an der Balance. Oder was ich auch machen kann, ist, ich gehe hin, schalte jetzt Metamask um auf Moonriver. Und dann sollten die Ether hier auftauchen, sobald die ganze Geschichte abgeschlossen ist. Und wenn Ether als Währung hier nicht angezeigt wird bei euch, dann liegt das daran, dass ihr diesen Token noch hinzufügen müsst. Und das geht folgendermaßen. Es gibt ja hier quasi den Explorer. Also wenn ich hier auf die drei Punkte klicke neben meinem Account, dann kann ich meinen Account im Explorer anzeigen. Dann bin ich auf der Seite des Blog Explorers. Und da suche ich einfach mal nach Ether. Und das hier ist die Token-Adresse von Ether. Also Ether ist bei Moonriver ja einfach nur irgendein Token. Das ist jetzt nicht wie bei Ethereum, wo das ja quasi der Haupttoken ist, mit dem ich auch Gas bezahle. Und ich kopiere mir die Adresse von dem Ether-Token auf Moonriver. Und füge dann hier mit Token hinzufügen Ether hinzu. Bei mir geht das jetzt nicht, weil den Token, den habe ich ja schon hinzugefügt. Aber wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann könnt ihr das auf dem Wege hier mit weiter hinzufügen. Und ich sehe auch inzwischen, ist der eine Ether angekommen, den ich rüber geschickt habe. Taucht jetzt hier ein Metamask auf. Und das heißt, ich kann mit dem Ether jetzt weiterarbeiten. Eine Möglichkeit, ein bisschen Jezu erwirtschaften auf Moonriver, besteht darin, dass man Moonriver staked, indem man am Proof-of-Stake-Algorithmus, der hinter diesem Netzwerk steht, teilnimmt, indem man dabei einen Collator nominiert. Das ist im Prinzip ein Netzwerk-Node, ein Netzwerk-Knoten, zum Beispiel ein Server oder so, der Proof-of-Stake macht, der also im Prinzip dafür sorgt, dass die Blockchain richtig arbeitet. Und man kann also an einem dieser Collators hier, das sind die Adressen, die Ethereum-Adressen bzw. die Moonriver-Adressen, und Collators, die da mitmachen, denen kann man also im Prinzip Moonriver-Tokens, Mover-Tokens leihen. Und dafür können die dann also das Staken und am Proof-of-Stake teilnehmen. Ist ein bisschen zu kompliziert, um das jetzt zu erklären. Ich lasse das jetzt weg, darum geht es ja jetzt auch gar nicht richtig. Und hier kann man denen also die fünf Moonriver-Tokens leihen, die bekommt man dann auch wieder zurück. Dafür bekommt man dann Rewards, wenn man das verliehen hat. Und das ist also auch hier im Prinzip eine Art, Yield zu erwirtschaften. Aber man braucht fünf Mover-Tokens, um hier überhaupt mitmachen zu können. Ihr könnt die natürlich auf Kraken kaufen, in Metamask übertragen und dann hier einlegen. Bei einem Kurs von 400 Dollar ist das ja auch schon mal eine ganz schöne Summe, die man hier einlegen muss. ist die Frage, ob sich das lohnt und ob man Lust hat. Ich habe irgendwie jetzt mal gelesen, dass 15 Prozent ist die APY. Das schwankt aber total und das wird sich auch in Zukunft ändern, sodass also auch das jetzt nicht hundertprozentig sicher ist. Wenn ich jetzt sage, es sind 15 Prozent, können es inzwischen 5 Prozent sein. Die Frage ist, ob sich das lohnt. Da müsst ihr euch im Prinzip ein bisschen selber schlau machen. Bei Moonbeam ist ja quasi das Projekt, das Moonriver rausgebracht hat. Und auf deren Webseite kann man also in der Dokumentation dann nachlesen, wie das Staking hier funktioniert und welche Rewards man erwarten kann. Das Ganze habe ich jetzt gezeigt, weil Moonriver ja relativ neu ist und die ganzen Projekte, die da sind, eben wie ich ja schon mal sagte, nicht so wirklich etabliert sind, weil es gibt keine Erfahrungswerte und so. Es ist also recht unsicher, während das hier, das halte ich für sehr sicher, in dem Sinne, dass ich sehr sicher bin, dass Moonriver kein Scam ist. Denn Moonriver bringt eine Entwicklungszeit von mehr als einem Jahr mit. Es gibt eben noch ein Moonbeam-Network und es gibt irgendwie ein Crowdloan-Verfahren, das auf Kusama gelaufen ist und so weiter. Es ist extrem unwahrscheinlich, dass Moonriver ein Scam ist. Natürlich nie ganz auszuschließen sowas, aber ich würde sagen, das Ganze ist relativ safe. Und das ist der Kontrast zu einem anderen Projekt. Und da möchte ich jetzt auch mal ganz kurz drauf eingehen, weil wo kriegt man denn die Moonriver-Tokens her, wenn man sie jetzt nicht bei Kraken gekauft hat, sondern wenn man einfach jetzt Assets von einer anderen Blockchain geholt hat, wie ich zum Beispiel die Ether, die kann ich hier nicht staken. Ich brauche Mover, ich muss also swappen. Eine Möglichkeit wäre da zum Beispiel Solar Beam. Das ist eine Seite und ich sage jetzt noch mal ganz deutlich, das ist eine Seite, von der ich abrate. Hier könnte man theoretisch Ether umwandeln in Moonriver, die ich dann staken. Also für meinen einen Ether bekäme ich ja auch schon acht Moonriver-Tokens, die ich dann also durchaus beim Staking einsetzen kann. Ich sehe ein bisschen das Problem hier, dass dieses ganze Portal irgendwie keinerlei Info liefert. Also die haben einen eigenen Token, das ist der Solar Token. Es gibt aber keine Dokumentation hier. Ich habe nichts gefunden. Also es gibt hier einen Telegram-Kanal, einen Twitter-Account und einen GitHub. Es gibt aber keine Dokumentation. Zum Beispiel die Tokenomics vom Solar Token, Solar Beam oder Solar Token, die ist nicht vorhanden. Man weiß nicht wirklich, also hier steht was über den Supply, aber die Tokenomics sind quasi unbekannt. Das ist so ein Alarmsignal, ein anderes Alarmsignal. Das ist, wenn man sich den Twitter von denen anguckt, dann sieht man, dass da sich einige Tweets von unterschiedlichen Leuten wörtlich wiederholen. Das ist also im Grunde sicher ein Bot, der da irgendwelche Sachen postet, sowas wie weiter so oder gute Arbeit und so steht da immer oder Solar Beam, der beste Exchange auf Moonriver und sowas. Und das sind mit Sicherheit Bots, das ist jetzt auch nicht, trägt jetzt auch nicht unbedingt dazu bei, dass das Ganze hier vertrauenserweckend ist. Da würde ich also, das habe ich jetzt als Beispiel gezeigt, um einfach mal klarzumachen, dass Projekte, die jetzt schon auf Moonriver laufen, durchaus eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass es Scam ist. Solar Beam, da bin ich mir relativ sicher, dass das nicht seriös ist. Es kann aber genauso gut auch sein, dass die einfach jetzt hier einen First Mover Advantage nutzen, sich nicht die Arbeit machen, hier irgendwelche Dokumentationen zur Verfügung zu stellen, stattdessen erst mal ein System liefern. Aber ob man deshalb da investieren sollte, auf so eine Vermutung hin, meine Meinung eher nein. Und dazu im Gegensatz jetzt ein anderes Projekt. Ein bisschen seriöser als Solar Beam, aber man weiß natürlich auch hier nicht wirklich, ob es vielleicht ein Rugpull ist oder nicht. Das Ganze wirkt aber etwas vertrauenserweckender, weil es hat zum Beispiel eine Dokumentation. Die habe ich allerdings erst gefunden, nachdem ich ziemlich suchen musste. Und zwar findet sie sich bei Analytics. Da komme ich auf eine Seite, die mir im Prinzip Preisinformationen, Poolzusammensetzung und so anzeigt. Ist natürlich ausgerechnet nicht erreichbar. Das heißt, ich kann die Doku nicht aufrufen. Ich gucke mal, ob ich hier in der Browser History was finde. Ja, da ist die Seite. Und hier ist die Dokumentation. Und diese Plattform unterhält zwei verschiedene Tokens, den MSWAP-Token und den MOON-Token, wie man hier nachlesen kann. Ich gehe da jetzt nicht so ganz im Detail drauf ein, weil das jetzt hier nicht wichtig ist. Jedenfalls, es gibt hier einen MSWAP-Token und der steht für den MOON-Swap-DEX, für den Decentralized Exchange, den die betreiben, für den Swap. Und der hat also im Prinzip einen Supply von 100.000 maximal und davon sind zurzeit 50.000 im Umlauf. Hier kann man nochmal genau nachlesen, wie sich das zusammensetzt. Und dann gibt es noch den MOON-Token. Das ist quasi der Reward-Token, den man fürs Yield-Farming bekommt. Da ist der Supply auf 5 Millionen MOON begrenzt. Und die beiden Tokens, die kann man zum Yield-Farming benutzen auf MOON-Swap beziehungsweise auf MOON-FARM. Das ist unter App moonfarm.in findet ihr hier die Farms und bei den Farms seht ihr, also es gibt hier Farms, die beschäftigen sich mit dem MOON-Token und dann gibt es hier Farms, die beschäftigen sich mit dem MSWAP-Token in verschiedenen Kombinationen. Und dann hat man hier die sogenannten Layer-2-Farms. Das sind also die Farms, die weder mit MOON- noch mit MSWAP zu tun haben. Das hier sind Layer-1-Farms. Layer-1-Farms, das sind Farms, Yield-Farms, bei denen im Prinzip einer der beiden Assets, die man hier einlegt, ein Token dieser Plattform ist. Und das hier sind Layer-0-Farms. Also das sind quasi Pools, bei denen man nur den Token der Plattform einlegt. Und wenn euch das genau interessiert, was das ist, Layer-1, Layer-2, Layer-0-Farms und so, ich habe dazu in meinem DeFi-Kompendium eine Folge gemacht. Das werde ich jetzt hier einblenden. Könnt ihr danach schauen, da ist das genau erklärt. Auch wie man die für sich nutzen kann und so. Das ganze Kompendium beschäftigt sich mit Yield-Farming. Da kann man also theoretische Hintergründe zu dem Ganzen erfahren. So und hier können wir also im Prinzip unsere Assets einlegen. Jetzt haben wir hier unter anderem auch Single-Asset-Pools, so heißen die. Das sind Pools, in die man einzelne Assets einzahlt. Aber der Ether, den wir übertragen haben, ist nicht dabei. Außerdem rate ich von diesen Single-Asset-Pools ab, weil hier eine Deposit-Fee von 4% erhoben wird. und das heißt also 4% der Einlage sind schon mal weg und diesen 4%, diesem Verlust läuft man dann eigentlich im Prinzip die ganze Zeit hinterher. Deshalb also lieber einen Pool wählen, der 0% hat. Die ganz sicheren Pools sind sicher im Sinne von gegen Kursschwankungen abgesichert, jetzt nicht was Scam und so angeht. Das sind natürlich Stablecoin-Kombinationen wie zum Beispiel DAI, USDC. Man hat hier einen USDT, USDC-Pool, einen BUSD, USDC-Pool und so weiter. Die APY sind eigentlich gar nicht mal so schlecht zur Zeit, beziehungsweise das hier ist ja eine APR. Die APY, die ist ja dann nochmal deutlich höher. Das sieht man hier. Also APY bedeutet einfach, dass wenn man eine tägliche Zinseszinsentwicklung anlegen würde, dann hätte man 126% nach einem Jahr, aber natürlich auch immer vorausgesetzt, der Kurs vom Moon-Token bleibt stabil und so weiter und so weiter. Ist ein bisschen kompliziert. Jedenfalls die APYs sind hier im Vergleich zu anderen Farms gar nicht mal so schlecht. Das liegt natürlich daran, dass wir hier mit die Ersten sind und wenn man etwas risikofreudiger ist, aber wahrscheinlich auch dann wirklich seine Assets ein bisschen verlieren wird, dann nimmt man einfach einen APY in den Pool mit einer höheren APY, wie zum Beispiel hier die 400%er und es gibt tatsächlich auch noch 1000%er hier APY. Das kommen wir natürlich auf eine viel, viel höhere APY. Wenn man also bei einer APY von 300, Quatsch, von 1372% eine Zinseszinsentwicklung ansetzen würde, dann wären wir bei dieser APY. Das sind, lassen Sie noch mal kurz rechnen, 1, 2, 3, 70 Millionen Prozent. Das ist natürlich super, aber in der Praxis wird man die natürlich nie erreichen. Das Ganze funktioniert wie in allen anderen Ethereum-Plattformen, in Ethereum-kompatiblen Plattformen auch. Daher gibt es hier eigentlich nichts Besonderes zu erklären. Fakt ist einfach, auch Moonriver, beziehungsweise Quatsch, auch Moonfarm oder Moonswap, je nachdem, wie man es nennt, ist nicht unbedingt etabliert. Es ist nicht unbedingt sichergestellt, dass das eine seriöse Sache ist. Es wirkt aber etwas seriöser als das andere. Das andere kann aber genauso gut seriös sein, sieht jetzt nur so aus. Wir sind total am Anfang und ich freue mich darauf, wenn jetzt hier neue Projekte bei Moonriver an den Start kommen und da werde ich mich dann einfach nochmal melden mit einem Update, wenn irgendwas Spannendes auf Moonriver passiert. Bis dahin erstmal viel Spaß, viel Erfolg, macht's gut, bis dahin, tschüss. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.